Was haben wir in der Besprechung der Vereine der Dritten Liga mit dem Ausschuss Dritte Liga und mit den Vertretern des DFB gemerkt, in welcher Situation sich unser Land befindet, in welcher Dynamik sich die Corona-Krise eben auch weiterentwickelt. Während der Überlegung, welche Lösungsansätze es für den Spielbetrieb der Dritten Liga gibt, erreichte uns im Prinzip die Meldung, dass die Bundesregierung neue Bestimmungen erlassen hat für unser Land. Und diese Erklärung oder diese Veröffentlichung der Bundesregierung ist natürlich auch in die Auffassung der Vereine der Dritten Liga eingeflossen, auch in die Entscheidungsfindung. Und letztlich wurde sehr deutlich, dass das Wohl der Menschen in unserem Land und das Lösen der Corona-Krise oder einen Beitrag dazu zu leisten, dass gerade die medizinische Seite unterstützt wird, absolut in den Vordergrund gestellt. Und daraus resultiert auch in Verbindung mit bestehenden Verfügungen der Behörden, dass die Dritte Liga seitens der Vereine befürwortet hat, dass der Spielbetrieb bis zum 30.04. ausgesetzt wird. Der Ausschuss der Dritten Liga hat diesen Vorschlag an den DFB übernommen und nun werden entsprechend die weiteren Dinge veranlasst. Aber es war auch ein Wunsch der Vereine, auf der einen Seite deutlich zu machen, dass man eigentlich alles dran setzen möchte, weiter zu spielen, aber sich bewusst ist, dass auch alles geprüft werden muss, wie die Situation auch weiter behandelt werden kann. Wir sind im Moment alle überrascht über das Ausmaß der Probleme, die uns durch das Coronavirus beschert werden. Die Klubs des deutschen Profifußballs sind im Moment gefragt, mit Verantwortung und Vernunft an das Thema heranzugehen und zunächst alle Themen abzuwägen, um eine gemeinsame Lösung zu finden, wenn sie denn möglich ist. Deswegen begrüßen wir den heutigen Beschluss der Vereine der Dritten Liga, zunächst den Meisterschaftsspielbetrieb auszusetzen und dann fortzuführen, wenn er wieder so weit wie möglich nötig ist. Das wünschen wir uns alle und die Aufgabe bis dahin wird darin bestehen, gemeinsam die Probleme zu lösen, die der Coronavirus uns auferlegt. Wenn sich unser Land befindet, in welcher Dynamik sich die Corona-Krise eben auch weiterentwickelt, während der Überlegung, welche Lösungsansätze es für den Spielbetrieb der Dritten Liga gibt, erreichte uns im Prinzip die Meldung, dass die Bundesregierung neue Bestimmungen erlassen hat für unser Land. Und diese Erklärung oder diese Veröffentlichung der Bundesregierung ist natürlich auch in die Auffassung der Vereine der Dritten Liga eingeflossen, auch in die Entscheidungsfindung. Und letztlich wurde sehr deutlich, dass das Wohl der Menschen in unserem Land und das Lösen der Corona-Krise oder einen Beitrag dazu zu leisten, dass gerade die medizinische Seite unterstützt wird, absolut in den Vordergrund gestellt. Und daraus resultiert auch in Verbindung mit bestehenden Verfügungen der Behörden, dass die Dritte Liga seitens der Vereine befürwortet hat, dass der Spielbetrieb bis zum 30.04. ausgesetzt wird. Der Ausschuss der Dritten Liga hat diesen Vorschlag an den DFB übernommen und nun werden entsprechend die weiteren Dinge veranlasst. Aber es war auch ein Wunsch der Vereine, auf der einen Seite deutlich zu machen, dass man eigentlich alles dran setzen möchte, weiter zu spielen, aber sich bewusst ist, dass auch alles geprüft werden muss, wie die Situation auch weiter behandelt werden kann. Wir sind im Moment alle überrascht über das Ausmaß der Probleme, die uns durch das Coronavirus beschert werden. Die Klubs des deutschen Profifußballs sind im Moment gefragt, mit Verantwortung und Vernunft an das Thema heranzugehen und zunächst alle Themen abzuwägen, um eine gemeinsame Lösung zu finden, wenn sie denn möglich ist. Deswegen begrüßen wir den heutigen Beschluss der Vereine der Dritten Liga, zunächst den Meisterschaftsspielbetrieb auszusetzen und dann fortzuführen, wenn er wieder so weit wie möglich nötig ist. Das wünschen wir uns alle und die Aufgabe bis dahin wird darin bestehen, gemeinsam die Probleme zu lösen, die der Coronavirus uns auferlegt.